Blaston Park, an Legendary Location gewesen, Radarrow, Lone Lodge, das war Radarrow gehen. War die Web schon immer so klein? Oder ist es nur eine kleine Version? Das ist nur eine kleine Version. Ja. Mit den Favoriten aus der OJIMA. Ich hab kurz gedacht, dass es damals wirklich so klein war, aber ich wusste nicht mehr. Quasi alles nur Highlights aus der OJIMA. Oh Gott, wo soll ich denn landen, Junge? Ich hab den Flug komplett verkackt, oh mein Gott. Zwei Leute bei mir. Deine Solo, oh mein Gott. Ja, ich hab einen noch gedowned. Auf dem Dach oben. Oh ja, an das Gebäude erinnere ich mich. Der Fischmarkt. Ja. Die Prostik hier unterwegs. Du, Drecksau, du kommst mir nicht. Ja, verreckt in der Ecke. Eins aber nicht allein. Drecksau. Alle tot hier? Ui. Ne. Irgendwo ist noch einer rumgeguckt. Geheilt sich einer? Unter dir, glaub ich. Hat sich einer geheilt gerade? Ja, der ist oben drinnen. Ah, ich guck, 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 ich guck. Junge, hab ich den ein Turn-on gegeben. What the fuck? Boah, mein Ohr blutet, glaub ich. Oh, tut mir leid. Musst du sauber lecken. Schön die Ohrmuschel auslecken. Geil. Oh, das warst du. Ja, und die Waffe getestet. Geil. Vor mir, vor mir. Ja. Mensch, Sascha. Hold on. Will win? Was? Wie er mich noch weggelasert hat? What the fuck? Noch einer kommt. Da noch einer. Ja. Nein, warum ist die leer? Warum ist die Knarre leer? Der ist hoch gegangen, die Treppe hoch. Bastard. Komm her, Niko. Ich hab direkt Neustadt gedrückt, aus Panik. Ich glaub, ich komm. Der, warum ist die leer, Alter? Aua. What the fuck? Unten ist aber einer drinnen. Das ist der Wolverine Bastard wieder. Hab dich, du Hurenzorn. Die Rache ist meiden, Alter. Noch einer bei mir. Auf dem Dach. Er schlugbräck. Er ist so low. Hinten ist auch noch wieder einer. Hab ich noch. Oh, die M1, Alter. Die M1, so sexy. Er hat sich Base gebaut. Er kommt. Hab ihn. Aua, von hinten. Hier. Bei der Base ist immer noch einer. Er ruft mich. Ich hab nix, um hoch zu gehen. Du meinst Gott. Ab ihn. Noch mal Steps. Ey, der Modus macht voll Bock. Aua. Er ist halt intensiver, weil du immer wieder spawnen kannst. So langs die umgeben wird. Pass halt voll zu Fortnite. Ich glaub, Warthorn hatte ja auch sowas, ne? Ja. Rebirth Island. Rebirth, wie das hieß. Genau. Aber das mochte ich nicht so. Daher landet einer. Oben ist er. Hab ihn runtergesniped. Ich auch. Recht aufgehalten. Aua, auf dem Dach vor mir. Noch einer kommt. Ja, rein dahinter. Travis Scott. Der hab ich gerade getötet. Er ist wieder da. Er ist auf dem Raum. Er ist One-Shot. Hol ihn dir, Nico. Hol ihn dir. Keine Ausdauer. Bei mir. Harley Quinn. Au. Warum ist die Full, Digga? Wo kommt die her? Dort. Digga, wo er auch gerockt war, Digga. Einfach nur random Harley Quinn, Digga. Full life. Kommt und fickt mich von hinten. Digga, ich hab gerade so ein Kreisel-Spiel gespielt mit dem. Mit meinem Aim. Ich hab auch mal alles draußen aus. Ich hab's aufpack. Oh, Trädel, Trädel, Trädel. Trädel muss ich da helfen. Sonst noch mal einer hier. Ist das ein bisschen, die ich hab? Da kommt wieder einer angeflogen. Über uns. Stimmt, die Fenster waren ja bei den Gebäuden alle zu. Man kann ja nicht aufs Fenster fliegen. Da hinten hockt einer. Auf dem Berg. Er kommt runter. Einer ist über mir. Er kommt den Berg runtergeslidet, zu dir auffassen. Da oben. Er ist so low. Aua. Ich bin tot. Ich brauche Hilfe. Aua, aua, aua. Ich würde davon irgendwo umschauen. Aua, vorne hinten schon wieder, Alter. Ich hab nicht mehr viel Leben. Eingefickt? Oh, mein Gott, die portet sich, Alter. Digga, die portet sich, Alter. What the fuck? Dieser Travis Scott ist ein richtiger Schwitzer, Alter. Pass auf, sie ist hier oben irgendwo. Der Harley-Grün. Alter, die portet sich einfach rum, Mann. Pass auf, vorne auf dem Hausholz, links, neben dem Taktosen aufzuhalten. Einer genockt. Einer genockt. Bei meinem Ping. Habt die Harley. Und ich bin im Arsch. Die hocken immer noch auf dem Haus. Drei Leute bei Ping. Die werden uns jetzt wegfahren. Du hast gar nichts übrig. Einer genockt oben auf dem Dach. Von rechts, ne, auch. Wir müssen die auf dem Dach da holen. Du weißt, Scott ist down. Das sind zwei down. Hoch, 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 hoch. Der wird wieder beliebt, wahrscheinlich. Hab einen. Nein, der wurde wieder unten durch. Deine. Der rennt weg. Sehr gut, Fabien. Das waren die Hurenzöne, wo wir geschnitzt haben. Die haben Cliverine oder Travis Scott, Digga. Die haben so geschnitzt. Und da. Das ist der Travis Scott. Noch einer. Dann ist es noch ein anderer. Ab den Dresden. Ich komme mit Granaten. Alle drin. Die Solo. Noch einer. Töte es nicht, töte es nicht, töte es nicht. Darauf, trau es rauf. Ja. Im Raum vor mir. Komm. Töte es nicht, töte es nicht. Es dauern. es fehlt aber immer noch einer er wird sich verstecken jetzt bis sie wiederbelebt werden das macht richtig ja du levelst dich ja noch schneller das ist ja wie die kills macht schon laune finde ich den buster da was ist der andere in tauren loot liegt noch drinnen ich komme so schnell drinnen die maschinenpaison sind übel geil am garm hier sind gerand und schild hier ist eine dinge zum 4 die m4 scheiße die nehme ich nicht die hat mich ganz so gefickt die hat mich ganz so geschickt weil die irgendwo hinschießen aber nicht wo ich hinein acht andere noch da hinten fliegt einer der ist da gerade noch geflogen also wenn man alles hier ausschaltet dann ist das team komplett aus wenn sie alle gleichzeitig tot sind müssen alle gleichzeitig tot sein solange immer einer am leben ist werden die anderen wiedergelebt ist am ende halt am ende wird dann der timer ausgeschalten da kommen wir dann die meldung auf dem bildschirm das ist ja wirklich wie reaper of irland ja unser für eine pistole jetzt noch mal seine mammutpistole ich will eine harley quinn ist genockt die liegt nice dann lass pushen oder es ist noch der typ in seiner festung auffassen ja schieb weg genau genau jungen wie mir fast noch kippt der bastard boah hier ist eine fette pumpgun junge ich habe die spaß 12 digger was ja episch auch noch geil rangers raufwinde lauer rangers raufwinde komm lass zu dem motel zurück gehen motel kann man ruhiges dach gut als deckung benutzen boah kommt da viele drops runter da fliegt einer oben das ist der den wir gerade getötet haben ja das wäre geil wenn ich den treffen würde ja da hinauf ja wie viele festungen mit dreck gebaut werden oh ich habe wieder die geile die die stachler maschinenpistole oben ist auch noch ein drop ist richtig übel hallo meine fresse eh der berg dahint ist eigentlich auch nicht schlecht die feier dahinten äh ich habe es aufpacks ne kommt mal her ja lass zu dem berg da oben hingehen und uns da heilen ja aber dann muss ich es hier liegen lassen ich habe auch welche ganz decken dann hier warte ist auch noch eine maschinenpistole der liegt noch was hier da ist er rechts nochmals auf was erst mal hoch machen ah dicker mach Mutpistolen hier ist ein auslaufpackst noch mal die sind die gegner ich weiß schon ich weiß schon mal hoch machen jungs ja dicker wir müssen uns mal treffen oder Junge ich rufe gleich gerade an an alter hier ja ok hast mich ja schon eingeschüchtert was wieder wurde ich habe auch schnell weil weißt du der ist hinter dem stein hier bei der rechts 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 ganz rechts in der festung dann ist auch einer sind zwei links lass rüber zu denen pushen dann haupt den dann stein da noch auf ping aufpassen ja lass den holen im notfall der schießt auf mich der schießt auf mich ist down ich möchte gern schwitzer weger Stachler Maschinenpistole let's go sollst du das safe machen lass safe machen wir haben high ground der links fahrts sheebrake wir haben perfekte pose der eine ist hier sheebrake ja irgendwo ist nur noch welche rechts ne ja wir müssen rechts aufpassen ja ich pass auf ich hab eh nichts auf der franz hier wird geballer einer rennt nach links rum links rum ah hier hier ist auch das letzte team festungen alter wir müssen auf die anderen achten dass da noch irgendwo anders oder was kommt ja ja die sind da die schießen wir ja gegen wir verlinkst oh aufpassen lass die sich gegeneinander ficken lass uns da ein bisschen passiv bleiben die links halten auf uns auf halt ne ne die wollen links da uns pushen links schießt auf uns und rechts schießt auf links ja jeder schießt jeweils auf den anderen wir könnten auch hier hingehen aber dann sind wir uns da entwischen immer noch rechts rechts im Busch hockt einer drinnen der guckt zu uns rüber ja hat auch ein bisschen kassiert jetzt gucken die beide zu uns ne links schießt boik ey die gehen rüber zu den anderen ne lass hier hingehen ja wir müssen auf die zone achten ne oh oh ok einmal die zone zu uns ey einmal links immer noch ja Junge die links meiner bau die können schwitzen na den einen hab ich da auch links wenn die umstände besser wären würde ich sagen lass die pushen aber rechts schießen halt auch noch welche auf die ja oh rechts wurde die base zerschnürft der eine hier ist fast down vorne alter Schildbrake rechts ok fast down ja die border geht jetzt zert ja aber so klar Junge wir müssen los ne die border sonst fickt uns lasst euch links rum rufen am Baum fahren fighten gegeneinander hab ein kleine tools betiteln sie hoch im Busch da vorne drinnen im Busch auf ping der schießt auf mich ok der schlip break hab ihn Ich glaube immer noch in der Base irgendwo. Und da hinten. Das ist der letzte da hinten irgendwo. Das kommt bei mir. Ab ihn, down. Bei mir, bei mir. Jawohl, nice. Digger, ich bin so ein Nuckenballer. Ich bin so ein Bastard. Ich habe die ganze Zeit die Links-Headshot gegeben. Ich habe die ganze Zeit auf die Fresse geschossen, die ganze Zeit. Jo, die XP, Junge. Auf drei Level. Ein Kürz. Sieben. Und zwölf Assists. Ich habe zehn Headshots gemacht. Ich habe zehn Headshots gemacht.